So, und dann wären wir wieder bei The Curious Expedition 2 und wir wollen jetzt mal unsere erste Expedition starten, die erste richtige. Wir wählen jetzt den Großwildjäger aus und starten dann einfach mal. Paris, Frankreich, 1886. Der Eiffelturm wird gerade erst gebaut, das vom Fundament steht, na da. Ich schaute mit einem Lächeln auf den Lippen auf das Ausstellungsgelände. Marlin hatte mich ausgewählt, um die Geheimnisse der Inseln aufzudecken. Ich schwor mir, sie nicht zu enttäuschen. Also, wir sind jetzt der Großwildjäger. Da. Mein Herz pochte schon vor Vorfreude, den Ruhm und die Ehre, die mir zuteil werden würde. Doch zuerst müsste ich Hilfe anheuern. Paris. Das Ausstellungsgelände in Paris ist deine Heimat zwischen den Expeditionen. Jeder Ort in der Stadt erfüllt einen anderen Zweck. Okay. Busol Kaze. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Hilfe auswählen. Ich betrete den berühmten Busol Kaze, den zerbrochenen Kompass, und schaute mich um. Der Ort war bekannt als Treffpunkt für angehende Entdecker und daher ein guter Ausgangspunkt, um motivierte Abenteurer für meinen Track zu finden. Rekrutieren. Ich ließ alle wissen, dass ich auf der Suche nach Abenteurern für eine Expedition war. Bald hatte ich eine kleine Gruppe von Kandidaten zusammengetrommelt. Sie alle wären eine Bereicherung für meine Truppe. Madrose, Esel, Straßenkind. Schauen wir doch mal. Madrose. Madrose. Was sind Fähigkeiten? Was sind Fähigkeiten? Ja, meist. Madrose, Stufe 1. Madrose, Stufe 1. Fru gerade eine kostenlose Signalfackel der Marine. Der Esel. The Furman. Transport. Plus 1. Du kannst jeden Tag länger laufen, bevor du von Thea gestoppt wirst. Die Bewegungskosten beim Klettern auf Hochebenen sind reduziert. Straßenkind. So. Jean-Michel Badoux. Straßenkind Stufe 2. Kann an bestimmten Orten stehlen. Bonus bei Diebstahl-Herausforderungen. Mh. Amfamaya? Ich werde den Esel nehmen. Zusätzliche Transportkabel. Spazität ist nicht schlecht. Ich dankte seinem Trainer und Dame Sir Furman in meiner Gruppe auch. Sein starker Rücken würde uns auf unserer Expedition noch von großem Nutzen sein. Okay, verlassen. Als ich zurückkam, schien das Ausstellungsgelände ruhiger zu sein, als bei meiner Abfahrt. Ich genoss diesen kurzen Moment der Stille in der Stadt. Expedition auswählen. An den Tagen unmittelbar vor Beginn meiner Expedition kamen Gerüchte auf, dass weitere Inseln gefunden wurden, die der Insel ähnelten, auf die Madi gestoßen war. Ich hörte mir die Gerüchte an und trennte die Spreu vom Weizen und plante meinen Kurs anhand der Gerüchte, von denen ich dachte, dass sie ein Körchen Wahrheit enthalten könnten. Vorsichtig mit der Grabausrüstung. Sie ist nur geliehen. Errungen und Wirrungen. Errungen und Entwirrungen. Die Goldene Pyramide, Errungen und Entwirrungen. Okay, zweimal. Errungen und Entwirrungen. Führe die Vermessung für das Gutachten durch. Unser Wissen über die Inseln ist mehr als dürftig. Helfen Sie uns, diese Wissenslücken zu schließen, indem Sie in diesen seltsamen Ländern Vermessungen durchführen. Belohnung. Dschungelinsel. Die Goldene Pyramide. Finde die Goldene Pyramide. Wir haben Gerüchte über eine Pyramide aus purem Gold vernommen. Eine derartige Entdeckung wäre außerordentlich rumreich. Derrungen und Entwirrungen. Na, Hochland. Das ist aus dem Add-On. Wir wissen über diese Insel. Na gut. Ich will doch ganz einfach die allereinfraste für den Anfang machen. Sponsor auswählen. Malin unterhielt Kontakte zu verschiedenen mysteriösen und geheimnisvollen Forscherclubs, die allesamt gewillt waren, meine Expedition zu finanzieren. Das Gründungsziel der British Royal-Own-Gesellschaft war es, mehr über die weite unentdeckte Weltenerfahrung zu bringen. Die traditionsreich und überaus angesehene Gesellschaft beruht auf einem strengen Ehrenkodex. Die alten Traditionen stützen uns. Durch sie bleiben wir. Dingsbums. Ah. Okay. Bei den Luxe-Laboratorien handelt es sich um einen relativ jungen Forscherclub. Dieses amerikanische Unternehmen wurde von Thomas Edison gegründet. Effizienz ist mein Schlagwort. Und finanziert Expeditionen. Um ihre experimentellen Technologien in der Praxis zu testen. Okay. Zu guter Letzt gab es noch die fernöstliche Akademie Taishi. Gerüchte zufolge untersuchten die Mitglieder dieses Clubs den Einfluss dunkler und übernatürlicher Kräfte auf die Welt. Ob derartige Kräfte existieren, ist eine andere Frage. Forscherclubs. Die Arbeit für Forscherclubs ermöglicht es dir einzigartige Gegenstände und Charaktere freizuschreifen. Okay. Die Clubs finanzieren deine Expedition, erheben nach Abschluss einer Expedition jedoch auch Anspruch auf sämtliche übergebliebenen Vorräte. Weiß jetzt nicht welche besser ist, wird jetzt einfach mal bei der Royal Avalon-Gesellschaft bleiben. Ich begab mich zur Bar, da es Tradition war, die Nacht vor der Abreise einer Expedition gebühren zu feiern. Als ich an diesem Abend an meinem Trink nippte, sprach mich Wong Fei-Hang an, der legendäre chinesische Arzt und Kampfprinster. Ich suche auf der ganzen weiteren Welt nach neuem Wissen. Ich fühlte mich von der Anwesenheit einer solchen Legende eingeschüchtert. Wir tauschten eine Zeit lang Belanglosigkeiten aus, bevor er auf die verschwindenden Inseln zu sprechen kam. Ich parierte die Fragen mit einem Lächeln und gab Unwissenheit vor. Fei-Hang-Hung fragte nach. Ich hatte einer mir fremden Person jedoch niemals mal Dienstgeheimnis offenbart. Schließlich wurde er auch mit meiner Ausflüchte ungehalten, wünschte mir eine gute Nacht und schritt sichtlich irritiert davon. Ein wahrlich exzentrischer Kerl, muss ich sagen. Segel setzen. Viktoria Marlin ist Direktorin der Prahriser Welterstellung und eine anerkennete Porsche. Das wissen wir ja mittlerweile. Als ich mich dem Zielort der Expedition näherte, kam ein kleines Versorgungsstift herangefahren. Ich hoffte, dass meine Förderer der Royal Avalon Gesellschaft nützliche Ausrüstung für meine Expedition bereitstellen würden. Der Ladenbesitzer rief laut nach mir und übergab mir ein kleines Paket, ein Geschenk von Marlin, zum Anlass meiner ersten Solo-Expedition. Ich war mir sicher, dass es nützliche Dinge enthielt. Morretekampf. So, was haben wir denn? Wir haben Schokolade für ein Stück. Eine Fackel. Verwendbar im Kampf. Fackeln bringen Licht ins Dunkel oder zünden Dinge an. Sichtweite. Sanitätskasten haben wir einen. Und unser Jagdmesser. Wir können noch kaufen. Kletterausrüstung. Sanitätskästen. Müsli-Riegeln. Müsli-Riegeln. Und Bokkawain. Okay, Moment. Müsli-Riegeln. Ein praktischer Snack. Haferflocken. Honig. Nüsse. Alles, was das Herz deines Vorschlags begehrt. Sehr sättigend. Geistige Gesundheit. Erfordert Geistige Gesundheit. 100 oder weniger. Geistige Gesundheit plus 15. Bokkawain. Intellikanter Wein. Mit intensiven Geruch und dunkler Farbe. Jedes Mal eine Freude. Geistige Gesundheit 40. Werde ohnmächtig und reise sechs zufällige Felder weiter. Chance auf Fehlschlag 10%. Kletterausrüstung erleichtert das Durchqueren von Gebieten mit steilen Aufstiegen. Kletterkosten für Hochebenen minus acht. Okay, wir kaufen mal davon vier. Na unten. Warum fünf und drei Kletterausrüstung. Tadaa. Na, da sind wir schon im Minusbereich. Wir brauchen noch Sanitätskästen, wenn wir wirklich irgendwie angegriffen werden oder so. Okay. Meine Ausrüstung hatte ich mir nun ausgesucht. Gab es noch weitere Dinge zu erledigen, bevor ich an der Insel anlegte? Expedition beginnen. Um sich einen Wissensvorteil zu verschaffen, hatte der Vorstand der Royal Avalon Gesellschaft die Erstellung eines detaillierten Gutachtens über die Insel angefordert, unter Verwendung neuster wissenschaftlicher Methoden. Okay. Insel abmessen. Höre Vermessungen zum Ruhme der Royal Avalon Gesellschaft durch. 0 von 2. Neue Region entdeckt. Elefant. Hier muss ich die Vermessungen machen. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal an Land jetzt. Kämpfe vermeiden. Mit jedem Tag, den du in der Reichweite umherwandernder Feindeszonen verbringst, kann dein Track entdeckt werden. Wenn du entdeckt wirst, versuchen Gegner dich zu verfolgen, bis sie Überraschungsangriffe ausführen können. Bestimmte Gegenstände und Fähigkeiten können die Wahrscheinlichkeit verringern entdeckt zu werden oder sogar Feinde von dir weglocken. Den Elefant ignoriere ich jetzt mal dezent. Die Insulaner sprechen wir mal an. Ich traf eine neue Gruppe von Insulanern. Ihre farbenfrohen Gewänder sahen ganz anders aus als die Kleidung der Menschen, die ich zuvor auf diesen Inseln angetroffen hatte. Sie sehen toll aus. Ich erinnerte mich, dass ich in Reiseberichten und Geschichtsbüchern über ähnliche Stämme gelesen hatte. Wie waren sie in diese fernen, entlegenen Länder gekommen? Sind die selbst hierher gekommen oder hat sie jemand hierher gebracht? Nach Stamm erkundigen? Ich wollte mehr über die Kultur dieses Volkes erfahren. Vorsichtig erkundige ich mich nach ihren Traditionen und Bereichen. Damit haben wir wieder Ruf plus eins. Wild gestikulierend erzählen sie mir von ihrem mächtigen Gott. Er war sowohl für Zeiten des Reichtums als auch für Katastrophen verantwortlich und inspirierte Liebe und Ehrfurcht gleichermaßen. An die Insulaner gaben mir den Segen ihres mächtigen Gottes mit, bevor sie mich meiner Wege sanden. Okay. Ja, die Insel ist nicht groß. Wenn wir den Elefant... Ich meine, wir sind ja Großwildjäger. Da oben ist noch was. Ein Portal. Wir nähern uns dem Portal. Ein wundersames Tor stand vor uns. Ein Licht in dessen Mitte ließ vermuten, dass es sich um eine Art Quartal handeln könnte. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Quartal betreten. Wir zögerten nicht lang und schritten in das blendende Licht hinein. Einen Moment später erreichten wir eine außergewöhnliche Landschaft. Wir befanden uns in einer unnatürlich verwirkenden Welt. Was würde aus uns werden, wenn wir nie einen Weg nach Hause fanden? Geheimnisvoller Nebel. Der Mr. Jesu Nebel nähert sich mit jedem Tag. Achte darauf, deine Zeit nicht zu vertrödeln. Kehre nach Hause zurück. Verseuchte Felder. Ein Schiffswrack. Dem Schiffswrack näher. Ich machte eine erstaunliche Entdeckung. Das Wrack eines alten Piratenschiffes. Unwillkürlich fragte ich mich, wie es wohl hier gelandet war. Wir sollten nicht hier sein. Zwar erweckte das Schiff den Anschein, dass in seinem Inneren noch wertvolle Vorräte zu finden waren. Durch seine verrotteten Planken war eine gründliche Durchsuchung gegen euch das gefährlich. Zu gefährlich, um es persönlich zu durchsuchen. Den Ort gründlich durchsuchen. Um das Schiff vollständig zu durchsuchen, musste sich jemand trauen, jede Nische des alten, fauligen Schiffes zu inspizieren. Wir machen das selbst. Nein! Was passiert? Ich hatte fast die Hälfte des Schiffes durchsucht, als die Planken plötzlich nachgegeben, wodurch ich durch den Boden fiel. Meine Gefährten halfen mir, mich aus dieser mistlichen Lage zu befreien, aber ich hatte mich jedoch durch den Sturz schwer am Bein verletzt. Na toll. Und wir haben nichts gefunden. Das ist ärgerlich. Schmeckt so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Könnte sein, dass wir das nicht überleben. Spiegelkreis. Auf den Spiegelkreis zugehen. Wir fanden uns auf einer kleinen Ebene wieder, die von merkwürdigen, riesigen Spiegeln umgeben war. Die Monolithen ähnelten im Inneren des Spie... Nein, die Monolithen ähnelten. Im Inneren der Spiegel waberte ein vertrauter lilafarbener Nebel. Einem Spiegel nähern weiteres humanoides Expeditionsmitglied erforderlich. Im Spiegel sah ich einen merkwürdigen Nebel, der mein eigenes Spiegelbild fast komplett verdeckte. Anscheinend war jedoch nicht nur ich von den Spiegeln fasziniert. Ginny Bateman den Spiegel berühren lassen. Als Ginny Bateman den Spiegel berührte, wurde sie förmlich in den Spiegel gesaugt. Ihre Gestalt verschwand und der Nebel im Spiegel verdichtete sich. Äh, bitte was? Einige Augenblicke später... Überwucherte Speer plus eins vom Nebel fasziniert Würfelersinn. Einige Augenblicke später stolperte Bateman aus den Spiegel und hielt sich den Kopf. Etwas an ihr war anders. Als ich sie fragte, was geschehen war, erwiderte sie kein Wort. Es ist Zeit aufzubrechen. Track verwalten. Überwucherter Speer. Ein ziemlich spitzer Speer. Das gebe ich ihr, weil sie ihn ja auch mitgebracht hat. Ah, jedes Mal dasselbe. Es gibt hier keine Schmetterlinge, oder? Was? Ah, er hat Lepidopterophobie, hat Angst vor Schmetterlingen und Motten. Vom Nebel infiziert. Dieses Inspezionsmitglied spürt eine starke Angstgehungskraft in Richtung des Nebels. Was haben wir hier eigentlich? Werletzt Wunden, heilen langsam mit der Zeit, können sich aber auch entzünden und werden dann zu einem ernsthaften Problem. Infektionsverstauber, der Verstauberknöchel. Wir bilden eine Lage, um die Verwundenen zu heilen. Okay, der Verstauberknöchel ist weg. Schokolade und dann gehen wir da unten lang. Äh. Äh. Irgendwie habe ich den Eindruck, das wird nicht gut laufen. Insulaner. Diese Insulaner waren nicht wie die anderen Insulaner, denen wir bisher begegnet waren. Ihre Haut wirkte, war kringlich blass, mit Adern, die im Licht fast lila aussahen, und jeder von ihnen trug eine Maske. Die Masken trugen allesamt ein fremdliches Lächeln, doch die Tatsache, dass sich ihr Ausdruck nie änderte, gab uns allen ein Gefühl des Unbehagens. Sie erzählten uns, dass sie einst nach einer langen Reise durch Portale hierher gelangt waren. Jetzt war dies ihre Heimat. Als Zeichen unseres guten Willens boten sie uns eine kleine Menge Nahrungsmittel an. Aus ihren beiden Ständen an ich danken ihnen herzlich für dieses Geschenk. Lila farbenes Gelee. Die Gruppe der Krieger marschierte davon, groß und stolz. Auf bald! Sieht ein bisschen wie Gelee aus, ist aber definitiv etwas anderes, von fahlen Masken sehr geschätzt, von anderen verabscheuend. Geistige Gesundheit 1, weiß ich geistige Gesundheit, wenn du ein Mitglied der fahlen Masken in deinem Track hast. Ja, toll, das hat uns auch nicht viel gebracht. Oh, hohe Wachtel! Oh, wir können einen befördern. Rechen. Rechen. Verpulte Wachtel, naja gut. Das wird garantiert nicht schmecken. Eine Verhöhnung der Kochkunst. Wir nähern uns dem Schwein. Von mir ragte ein riesiges Gebäude in die Luft. Ein ekelerregender Gestank lag in der Luft. Dessen Auslöser waren wahrscheinlich die Fumaronen, die ich in einiger Entfernung ersperrte. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Schrein betreten. Im Edam stieß ich auf eine kleine, feuchte Kammer. Vor mir lag ein langer Korridor, der zu einem Attacken führte. Ich fährte meine Schritte vorsichtig, um nicht in eine Falle zu treten. Reine. Schreine enthalten wertvolle Schätze, bergen jedoch auch Gefahre. Ein Diebstahl der Schätze löst schwer Katastrophen aus und verärgert die Einheimischen. Wir suchen mal nach Geheimverstecken. Es ist doch nicht mal! Nur wenige Augenblicke nach Beginn meiner Suche fühlte ich, wie eine Steinplatte unter dem Druck meines Fußes senkte und hörte ein unhaltvolles metallisches Geräusch. Ich hörte eine Falle ausgelöst. Und an der Decke fielen riesige Steine überall um uns herab. Um mich herab. Steine ausweichen. Ach komm, jetzt aber. Jawohl. Das Adrenalin in meinen Adern ermöglichte es mir, den herabfallenden Stein blink und geschickt auszuweichen. Ich war unverwehrt, zumindest für den Augenblick. Um Haaresbreite. Den Altarraum betreten. Vor uns lag eine Art Zeremoniensaal. Verschiedene Siegel warnten davor, dass sich giftige Wolken auf alle herabsenken würden, die verrückt genug waren, den Schatz zu stehlen. Anscheinend fehlt etwas auf dem Altar. Altar untersuchen. Ich frage mich, was das wohl wert ist. Goldene Figuren. Diese goldenen Figuren stellen Mitglieder eines örtlichen Stammes dar. Silberner Kelch. Ein silberner Kelch mit aufwendigen Radierungen. Ich lasse es. Wir hatten einen heiligen Altarraum gefunden. Verschiedene Siegel waren davor, dass sich giftige Wolken herab. Ja gut. Wir haben eine Opfergabe und ich würde gerade sagen, das Dollar sind wir da. Na gut, das bringt nichts. Dann lassen wir nichts da. Wir gehen dann raus. Ich überließe den heiligen Altar sich selbst und kehrte zum Eingang zurück. Wenn ich erst einmal den Nebel bekomme, dann bin ich komplett im Arsch. Ich entschied, dass es besser wäre, den Schrein nicht weiter zu stören und eilte schnell ins Freie. Wir greifen die verseuchten Krabbler an. Er sitzt da. Okay. Er sitzt da. Er sitzt da. Er sitzt da, wir schützen. Flickt sie zusammen Noch haben wir keinen Schaden Also würde ich sagen, wir würfeln nochmal Was haben wir jetzt? Kaffender Schlag Na, das war's Ich suchte das Schlachtfeld nach Wertgegenständen ab Beute Schon wieder Chili Alles nehmen Ja, da müsste er irgendwie auf die andere Seite Okay Auf Teiche des Wahnsinns zugehen. Klingt ja spannend. Hier erreichten eine wilde Naturlandschaft. Kleine Wasserfälle ergossen sich in natürliche Becken. Das Wasser, wenn es dann Wasser war, schimmerte lila Farben. Hier und dort blubberten Blasen an der Wasseroberfläche. Sollen wir das wirklich mal wagen? Das Wasser sah auf seltsame Weise erfrischend aus. Die aufsteigenden Dämpfe stärkten meinen Verstand, auch wenn sie mir etwas in der Nase branden. Ich fragte mich, welche Auswirkungen ein Bad in diesem Wasser haben würde. Wir nehmen ein Bild. Als ich aus dem Becken kletterte, zitternden meine Beine, nachfüllte mein Verstand so klar wie nie zuvor. Meine Hände waren jedoch mit Brandblasen überwählt. Und ich musste vorsichtig sein. Okay, wir sind nicht. Verwundet, aber wir haben geistige Gesundheit dazu erhalten. Ich fand eine geeignete Lagerstelle. Die Wärme des Feuers ließ mich den Stress des Tages vergessen. Wir müssten erst mal miteinander reden, sagte Jenny Bateman eines Nachts zu mir, ob ich lieber Mangos oder rote Beeren möge. Eine echte Kopfnuss, nicht wahr? Mangos. Auf Mangos hatte ich tatsächlich gerade Appetit. Bateman ließ ein Lächeln aufblüßen und drückte mir zwei Mangos in die Hände. Eine richtige Dame. Ich persönlich finde sie viel zu klebrig. So, schlafen. Wir warten, bis wir... Wir wurden von sanften Plätschern des Wassers geweckt. Mein Kopf war schwer, meine Haut ölig und ich hatte einen sauren Geschmack im Mund. Ich fühlte mich auf merkwürdige Weise erfrischt, jedoch etwas unwohl. Wir werden doch wohl nicht hoffentlich irgendwie mutieren. Okay, wir verlassen das Gewirt. Genug. Wir müssen weiterziehen. Katastrophe. 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 Oh ne, ich fühle mich so elend. Die violetten Adern am Körper von Ginny Bateman begannen zu pulsieren und Nebel waberte aus ihrem Mund. Ihre Augen und Ohren, die erstarrte vor ihren Sätzen. Unter gedämpften Schreien sank sie auf die Knie. Ich fiel in Ohnmacht. Errungenschaftsbeigeschreite, zweifelhafte Loyalität. Als ich aufwachte, sah ich Ginny Bateman rück neben dem Feuer stehen. Sie gehörte jetzt zu ihnen. Ihr Gesicht war von einer Maske verdeckt und sie sah nicht mehr wie sie selbst aus. Nein, oh Gott, was hast du getan? Okay. Verdammte Schmetterlinge. Ruf der Lehre. Ginny Bateman, Schamanin der Pfade. Ruf der Lehre. Verspürt das wachsende Verlangen in den Nebel zurückzukehren. Noch 150 Tage Feldkartenschilz. Ist sie eigentlich... Naja. Ja. Jetzt funktioniert das mit dem Gelee. Die Kompassnadel kann sich auch nicht entscheiden. Vor uns lag eine äußerst merkwürdige Hütte. Ein Schaman der Insulaner bat uns hinein, wo wir Unmengen getrockneter Kräuter und merkwürdige Artefakte fanden. Um ein Reinigungsritual bitten. Warum nicht? Der Schamala war bereit, uns seine Dienste zur Verfügung zu stellen. Doch er verlangte, dass wir ihn im Voraus bezahlten. Er versprach, dass sein Patient nach dem Ritual von jeglichen Krankheiten des Geistes befreit sein würde. Er warnte uns davor, jedoch selbst zu versuchen, das Mahl des Nebels zu heilen. Hmmmm. Dann bringe ich mal ein bisschen was mit. Das war die Verbehalte. Dann bringe ich mal ein bisschen was mit. Dann bringe ich das. Dann bringe ich mich. Der Schamane griff sich schnell die dargebotenen Güter und fragte dann, wen wir behandeln sollten. Jenny Bateman reinwaschen. Die Schamanen begannen im Kreis zu tanzen, sie schienen mit dem Gotthand zu kommunizieren. Als das Ritual endlich vorbei war, halfen mir Jenny Bateman auf die Beine. Ich fühle mich unglaublich. Sie hat keine Angst mehr vor Schmiedmännerling. Na ja, das war jetzt aber auch nett. Mit Geräusch voller Aufmerksamkeit. Okay, dann haben wir mal befördert. Da soll ich den Krabbler eingeleiten. So. Was? Woherdy torf. Feind. Was? Du hast es uns in der Bote verabschiede. Schnell flitzen, zu Ben, beteiligt sich nun durch Übersprung. Ich suchte die Überreste nach Dingen, die mir nützlich sein konnten. Liederfarbenes Gelee. Liederfarbenes Gelee. Das wird irgendwie... Glaube ich... ...dass wir dieses nicht überleben. Unter einigem Geröll fand ich tatsächlich einen kleinen Wertgegenstand, den ich zuvor vollkommen übersehen hatte. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ah, ein paar Juwelen. Ich schnappte mir den Schatz und dachte über meine Optionen nach. Wir lassen den Altarraum wie es ist und kehren zurück. Fahren wir hier lang? Nein. Nein. Ereignis durch Nervenschwäche. Ich hatte die Grenzen meiner Belastbarkeit weit überschritten, hatte mir mehr zugemutet, als ein gesunder Geist, der ja tragen konnte. Ich hielt an, sackte in mich zusammen und driftete in die Bewusstlosigkeit. Als ich zu mir kam, fand ich mich an einem ruhigen Plätzchen wieder, der mir gut als Rastplatz erschien. Ich wusste nicht, wie ich an diesen Ort gelangt war, aber mein Körper und mein Geist waren gerettet. Ich fand eine geleignete Lagerstelle. Die Reise fing an, mich zu ermühen. Ich konnte kaum genügend Holz für ein anständiges Lagerfeuer sammeln. Ich sah Ginny Batemans Lagerfeuer blicken. Eine verstörende Jane Sehnsucht lag in ihrem Blick. Sie blieb bis spät in der Nacht wach und murmelte leise, aber mit Nachdruck vor sich hin. Ja super, jetzt setzte sie die Angst vor Schmetterlinge weg, aber ist Pyromane. Jetzt warten wir mal noch ein bisschen. Als wir uns für die Abreise bereit machten, vermissten wir bereits das melodische Plätschern des herabgeliesenen Wassers. Ich liebe es, den Sonnenaufgang zu beobachten. Ich würde aber trotzdem noch ein bisschen hierbleiben, weil ich träumte von einer Frau, die sich zu mir umdrehte und sagte, dass es uns verboten sei, die Maschine anzufassen. Der seltsame Traum hatte sich auffallend echt angefühlt und in den kommenden Tagen lachte ich oft an ihn zurück. Vielleicht hatte er eine bestimmte Bedeutung. Wir schlafen jetzt trotzdem mal. Wir brauchen unbedingt noch mehr geistige Gesundheit. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir das nicht überleben. Auch nach Tagen der Ruhe genossen wir immer noch das melodische Plätschern des herabfließenden Wassers. Dieser Ort stimmte mich optimistisch. So geht's los. Reisender Fürst. Na gut. Okay. Als wir dieser monströsen Kreatur zum ersten Mal begegneten. Bist du gekommen, um den Fürsten zu füttern? Okay. Fürchteten wir uns davor herauszufinden, wozu sie fähig ist. Was wir nicht erwartet hatten, war, dass sie mit uns sprechen würde. Zu unserer großen Überraschung erklang eine Stimme aus den unzähligen Mäulern der Kreatur. Sie bat uns um Opfergaben. Was auch immer wir der Kreatur bringen würden, sie würde es in einem ihrer vielen Mägen verdauen und uns die Nebenprodukte dieses Prozesses überlassen. Okay. Sie versprach uns, dass diese Überreste für uns von großen Nutzen wären. Opfergabe überreichen. Reisender Fürst. Hüttere den Reisenden Fürst mit Gegenständen, um etwas zurückzuerhalten. Wenn du zwei unterschiedliche und kompatible Gegenstände auswählst, vibrieren diese in der Auswahloberfläche und du kannst sie dem Fürsten geben. Je nach Kombination sind verschiedene Ergebnisse möglich. Das Problem ist nur, ich habe nichts mehr. Ich zog es vor, meine Habseligkeiten zu behalten. Die Kreatur sah geknickt aus, als wäre sie enttäuscht. Auf geht's. Ja, äh. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch hin soll. Das ist jetzt... Da ist überall der Nebel. Die Spiegel. Er stöhnt das Portal. Da machen wir die Spiegel. Dann höchstens noch versuche, da oben hinzukommen. Vielleicht kann ich dem Schokolade und die Wachtel geben. Meine Opfergabe verschwand in einem der vielen Schlünde der Bestie. Überrascht, stellte ich fest, dass bereits nach kurzer Zeit ein Gurgeln und Ächzen ertönte und meine Opfergabe in anderer Form zurückerhielt. Oh, wirst du nicht so lecker wie zwei Beine. Es sah nicht allzu appetitlich aus, aber die Kreatur hatte uns versichert, dass es uns für einen großen Nutzen sein würde. Und ich verspürte wenig Lust, mit dir zu diskutieren. Ich kann riechen, dass da etwas Schönes für den Fürsten dabei ist. Ja, ja. Was haben wir denn bekommen? Ultra starkes Elixier der Einsicht. Hä? Hä? Oh, da ist noch was. Das Portal. Ich kehre nach Hause zurück. Ein wundersames Tor erhob sich vor uns. Ein Licht, in dessen Mitte ließ vermuten, dass es sich um ein Portal handelte. Errungenschaftsfreigereich schalten einmal hin und zurück. Wir konnten keine Sekunde länger bleiben. Noch einmal gingen wir durch ein Portal und hofften diesmal, dass es uns dorthin zurückbringen würde, wo wir hergekommen waren. Als wir aus dem Portal traten, erkannte ich das Gelände um uns herum. Wir hatten es zurückgeschafft. Ich atmete erleichtert auf, obwohl ich wusste, dass uns wenig Zeit blieb, uns auszuholen. Wir hatten das Ziel der Expedition noch nicht erreicht. Das Schlimme ist, ich habe gar kein... Nix mehr! Ich habe gar nichts mehr! Kann ich aus einem Elefant vielleicht Fleisch bekomme? Ich sah zu, wie die Kreatur mit ihren großen Rüstelblättern aus Büschel riss. Und dachte dabei über den Wert ihres Erfenbeins nach. Das Erfenbein ist mir scheißegal! Ich brauche was zu essen. Nimm dies! Ich brauche was zu essen. Auf pied so. Auch wieder. Na gut,æline. Gut dann. Ah ja! Lootung, so Mutual der Einheit Neuwürfel Äh Nein Ist der jetzt tot? Okay, Blutung Ich mach's, glaub ich, immer falsch rum Ich bin da die Leiche, der gefallen ist Fleisch Sehr gut Zweck verwalten Wir bilden ein Lager, um die Verwundeten zu heilen Das ist toll Wir verwendeten den Sanitätskasten, um die Wunden von Ginny Bateman zu verarschen Sie fühlte sich gleich besser Es ist essbar, mehr nicht Das war's Halt ist euch Nervenschwäche Unser Geist war erschöpft und unsere Schritte waren unvorsichtig Ginny Bateman rutschte auf einen lassen Stein aus Und stieß sich den Kopf an einem Felsen auf Als Bateman wieder zu sich kam, war sie verwirrt und schien die letzten Monate vergessen zu haben Sie machte mir Sorgen, dass sie sich wirklich schwer am Kopf verletzt hatte Was, wo sind wir? Eie Infiziert In der Wildnis konnte man kaum verhindern, dass Wunden sich entzündeten Die Wunde von Odile fing an zu faulen und sonntete eine Menge Übelkeit erregenden Eifer ab Naja, ich kann nichts machen Infizierte Wunden zehren langsam die Lebenspunkte eines Charakters auf, bis dieser stirbt Du kannst diese Wunden mit einem Sanitätskasten oder anderen Heilungsgegenständen heilen Wir gehen zum Schiff zurück und Diese Expedition ist gescheitert Der Käpt'n begrüßte mich, als ich an jenem Morgen mein Schiff erreichte Es fühlte sich fast wie ein Stück Heimat an Heimsegel Ich kann nichts machen Ich muss mich der Realität stellen Es war wichtiger zu überleben, als Ruhm zu erlangen Segel setzen Ich kehrte als Versager nach Paris zurück Als Entschädigung für mein gescheitertes Unterfangen Beschlagnahmte der Vorstand der Royal Avalon-Gesellschaft Sämtliche Waren und Schätze, die ich geborgen hatte Ich kehrte schweren Herzens nach Paris zurück Selbst das geschäftige Treiben auf dem Gelände der Weltausstellung konnte meine Stimmung nicht heben Das war ja wohl nichts Also wir können das Ganze nochmal machen Aber wenn dann erst in der nächsten Folge Das war jetzt gar nichts Ich bin die Sache völlig falsch angegangen Naja Jedenfalls sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dann, ciao